Ich freue mich zum Ja zur Gesamtsanierung des Strassenraum Brunhof Fischer-Mätteli. So können wir jetzt die Gleise sanieren, wir können aber auch die Haltstellen hindernisfrei ausgestalten. Und zudem werden wir auch noch die Siedlungsentwässerung sanieren und wir werden den Verkehr sicherer machen. Das Ja zum Fischer-Mätteli-Tram ist ein Ja zu einem attraktiven und starken ÖV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.